Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Mario Party. Ja, wir spielen wieder eine Folge Mario Party. Natürlich kommen alle zwei Tage eine Folge raus. Montag, Mittwoch und Freitag. Und der Rest geht ja. Ja, und wenn ihr dabei sein wollt, mitspielen wollt, dann schreibt mich einfach an, schreibt in den Kommentaren. Ich spiele das Ganze auf Mario Party. Ich weiß jetzt nicht, wie der Channel hier heißt, aber egal. Ja, steht hier, glaube ich, ja, da unten. Citytonixen.de Ja, und ja, ich ertrinke gerade, glaube ich. Oder wir sehen uns gleich. Oh, es geht gleich schon los. Es geht gleich los. Jetzt, jetzt, Digga, nein, Dünner. Warum immer Digga, verstehe ich nicht. Was ist denn das hier? Ähm, ein Sechs habe ich. Wunderschön, sieht schön aus hier. So. Es geht gleich los. Ja, und? Was muss man machen? Was stimmt hier? Was muss man hier machen? Oh, Digga. Ähm, okay. Merken. Bestimmt. Achso, die bauen schon. Ah, das muss man bauen. Lass mal so. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hä? Schon verloren? Okay. Alles, komm, schnell. Schneller. Nein, ich konnte doch noch nicht so schnell bauen, Mann. Wie soll ich das denn so schnell hinkriegen? Ähm, man muss ja richtig schnell bauen. Die sind ja richtig die Profis hier. Was ist das denn? Das kriege ich ja nicht so schnell hin hier. Ja, so schnell kann ich das nicht. Boah, da muss man sich erstmal ein bisschen konzentrieren hier. Oder, ähm, äh, ja, das weißt du. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ja. So ungefähr. So schnell kann ich nicht denken. Leute, kommt mal ein bisschen klar. So, so vielleicht. Und, äh, nein. Das war falsch. Ja, äh, äh, was ist da? Was ist da? Im 15. Platz habe ich gemacht. Sehr gut. 315 Punkte. So. Fünf. Wunderschön. Was heißt das denn eigentlich? 315 Punkte dann, oder was? Ich will hier raus, nicht in ein Gefängnis sein. Äh, okay. Was ist das denn jetzt? Minefeld. Ah, okay, das geht gleich weg. Jetzt. Nein! Scheiße. Nein! Das ist geil. Das ist geil. Nein! 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 Ah, Fiss. Ich glaube, ich sollte mal andere Sicht machen. Ah, Mann, Leute. Ah, schon wieder vorbei. Mann, das ging aber nicht so schnell. Was soll ich denn jetzt machen? Eins. Eins. Ja. Wow, wie schnell meine Maus ist. Soll ich mich hier erst konzentrieren? So, okay, ja, gut. Alles klar, was soll das denn sein hier? Was müssen wir denn machen? Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Was muss man denn hier machen? Einfach nur draufhauen? Ja, ändert sich auf jeden Fall. Aber keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir Punkte dadurch. So viele Grau machen wie möglich. Und der am meisten hat gewonnen, glaube ich. Rekord. Wie Rekord? Ich? Es geht weiter. Wir hatten gewonnen jetzt. Sechster Platz. Ey, das ist nicht schlecht. Drei. Aber das hat Spaß gemacht. War nicht so viel, aber ein bisschen Freude ist ein bisschen daran. Drei plus drei sind sechs. Ja, das ist mir klar. Auch kann mich nicht bewegen. Survival Games. Okay. Oh, komm, das ist leicht gebrochen. Hier ist nichts drin. Da hat sich schon jemand was rausgenommen. Oh, die kämpfen schon. Ah, ich verliere immer bei so einem Spiel. Du bist schon ausgeschnieben. Geschnieben. Geschieden. Eine Wand wird ja immer kleiner. Das wusste ich gar nicht. Aber war richtig geil. Ah, wir haben schon Verlierer. Nicht schlecht. Umfeld wird kleiner. Sehr gut. Was haben wir? Eine Zwei. Awesome. Eine Warteschlange. Oder eine Vor-Dings. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe eine Million. Ja, wer hat eine Million? So lässt sie jetzt sein. Ah, irgendwie schon wieder so ein Rennen. Keine Ahnung. Ah, der Boden fällt in sich zusammen. Glaube ich. Mist. Hey, den Sprung schaffe ich gar nicht. Oh. Was? Achso, das ist ein Rennen. Mit Hindernissen. Ey, das kenne ich. Von früher sowas ähnliches. Auf Nintendo. Oh. 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 Ey, das ist geil. So ein Rennen. Oh. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Oh nein. Nicht schon vorbei, Mann. Ich würde auch nochmal. Mann. Ich würde das nochmal machen. Das war ein bisschen toll. Ey. Eine Zwei. Oh. Das ist gut. Mal schauen. Ich will das nochmal machen, dieses Rennen. War bestimmt sehr cool. Da musst du den Sprung noch ein bisschen einschätzen. Ab wann ich springen soll, dass ich nicht reinfalle. Wie vorhin auch. Ah, naja. Bei den TNT. Ich seh das nicht so wirklich. Ab wann der draufkommt und wann nicht. so und jetzt? Los geht's. Ja, was denn? Achso, da muss man hin. Ah, die Zombies muss man abknallen. Abknallen. Ich kann das nicht so gut. Im Pfeil. Ey, Mann. Bleib doch mal stehen. Ich könnte stehen bleiben, glaube ich. Du musst die Höhe auch noch einschätzen. Das ist schon vorbei. Ist doch kacke. So, eine Runde noch. Ein Spiel noch. Eine Sechs. Oh, nicht schlecht. Was haben wir jetzt hier? Es wird gespielt, ja. Heiße Kartoffel. Schon wieder. Ah, das kenne ich. Von vorhin. Von letzter Folge. Oh, ich bin ausgeschieden. Warum das denn? Ich verstehe das gar nicht. Gut, ja, das war's von dieser Folge, meine Lieben. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.